Hallo, ich bin der Mehlsack, das Wahrzeichen von Ravensburg. Ich befinde mich Richtung Veitsburg. Ich bin sage und schreibe 51 Meter groß und hoch. Von meiner Plattform herunterzuspringen hat sich noch keiner getraut. Ich wurde 1425 erbaut. Um den Dreh bin ich fertiggestellt worden, doch die Beteiligten sind längst über Jordan. Also weiß man das nicht so genau. Ich bin der Vorzeigeturm und stehe hier bei jedem Sturm. Und ich genieße jeden Tag total die Aussicht aufs Schussental. Weingarten ist da mit seiner Basilika. Und da ist Berg genau und da drüben Weißenau. Man nennt mich Mehlsack wegen meiner runden Form und die ist enorm. Und wegen meinem weißen Putz. Ursprünglich hieß ich Weißer Turm. Im Gegensatz zum grünen Turm, der gar nicht grün aussieht, außer sein Dach, an dem man ihn erkennen kann. Ja, der grüne Turm hat eine sehr dunkle Geschichte. Doch von der ich heute lieber nicht weiter berichte. Also zurück. Hex, Hex, Bing! Egal, sei's drum. Es geht hier um mich, den Weißenturm. Ich bin schließlich das Wahrzeichen. Nur der Blaserturm kann mir das Wasser reichen. Ich stehe hier am St. Christina Hang, versammelt mit meiner Prima Gang. Der Kerze Lieselis, Grüner, Gemalter und der Blaserturm stehen hier auch noch rum. Sowie das Obertor und das Untertor. Stellt euch vor, Ravensburg ist eine sehr verspielte Stadt, die einiges zu bieten hat. Es ist die Stadt der Türme und Tore, Amore. Besichtigt mich doch einfach mal und genießt den Blick auf Schussenthal. Untertitelung des ZDF, 2020